Und jetzt kommt Imrelikt! Imrelikt? Auf geht's! Let's go! Aber es ist jetzt natürlich noch recht überschaubar und einfach. Das ändert sich natürlich. Hey, was machen Sie? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also das habe ich nicht erwartet. Jetzt allein. Lösch diesen Abschaum aus. Diese Typen wissen nicht, wann Schluss ist. Um, Spirit, launch here. Wir könnten Verstärkung gebrauchen. Forge here. Wir wurden am Relikt überfallen. Die Sitte mit Anders fest. Es gab schlimme Verluste. Wir brauchen sofort Verstärkung. Sergeant, die Alpha-Basis wird nicht rechtzeitig reagieren. Die Spirit of Fire hat Grizzlies losgeschickt. Warten Sie da unten auf Sie. Was haben die für OP-Nadelwerfer? Dass die Leute mit einem Schuss töten können. Ja, oder? Ja, der Grizzly. Oh, oh, das waren die gepimpten Skorpions quasi, ne? Ja. Okay, ich mach die links. Oh, ich rechts. Oh, hast du einfach den Special eingesetzt? Ja. Ich hätte gern die Einheiten, die wir jetzt eigentlich wirklich hatten, weißt du? Ja. Nehmen sie uns einfach weg. Oh, hier, äh, Schwert, Heini. Ich muss sagen, ich mag Forge. Äh, ja. Gab's hier nicht auch Schädel, Nico? In dem Spiel? In dem Spiel, mein ich. Äh, stimmt. Stimmt, Grand Geburtstag. Wir haben den, glaub ich, nicht aktiviert. Oh, müssen wir danach noch mal gucken. Ist ja doof. Gar nicht dran gedacht. Aber ich erinnere mich noch daran, dass die Christoph Grand Geburtstag hier bei dem Spiel. Ja, ja, Grand Geburtstag gibt's auf jeden Fall. Oh, 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 ich glaub, ich mach da hinten das Gebäude. Oh, wie sieht das? Ach so, ah, mein Y ist noch nicht ready. Meins auch noch nicht. Oh, fuck, hier. Du bist da eingesetzt, wo das Spiel gesagt hat, ich soll es einsetzen. Ja, komm, wir mal erzählen, das Base-Thing. Da brauchen wir den nicht verschwenden. Ne. Ist rechts rum noch irgendwas? Lohnt sich das? Komm, wollen wir nachgucken? Können schon noch gucken. Ja, wenn wir schon mal beide hier sind. Ah ja, guck mal, die hätten uns doch... Oh, Hunter, warte, ich mach Special auf die... Ja, ist gut. Also, dass wir uns da auf jeden Fall ein bisschen abstimmen und nicht alle in Special verbreiten. Oh, das müssen wir überzerstücken. Nice. Ich dachte nicht, dass das so schnell geht. Hast du den Special benutzt? Ja, ja. Dachte ich. Ja, und gerade wegen dem Cool-Dawn weißt du nicht, dass wir beide Y auf so'n Rave verballern? Das wäre irgendwie doof. Ja, das ist richtig. Ist hier noch irgendwas? Ne. Ne. Oh, hier ist der Terminal. Oh, da kann man nix machen. Also, man kann draufklicken, da steht Konsole, aber mehr auf. Okay, ja, komm. Und magst du deine Farbe? Ja, ich find Blau cool. Ich find auch generell, also, es ist ja jetzt ein Xbox 360 Spiel, aber ich find den Grafikstil einfach... Der ist schon zeitlos, also der funktioniert immer noch. Ist nicht wie, wenn man jetzt ein N64-Spiel anspricht. Das ist richtig. Oh Gott. Oh ja, frei! Also, es gibt 45 von diesen Huntern, ey. Oh, ich muss hier mal... Explosion, jawohl. Ich weiß nicht, kann man den Grizzly irgendwie noch heilen, ey. Weil wir sind so'n bisschen am Rand hier gewesen, das war scheiße. Oi, hier kann man nicht weiter runter. Ah. Ja, ja, das ist das. Das ist das. Und die Standart sehr weit außen. Oh, hier geht die Brücke mal. Hier geht nix. Dann können wir, glaub ich, über die Brücke, ne? Ja, die hab ich auch gesagt. Mio. Ich mag das auch, dass du nicht einfach nur... äh... quasi deine Base gegen die gegnerische Base hast, sondern halt auch unterschiedliche Tasks, ne? So wie jetzt, das wär einfach so ne Panzerbesitzung. Einfach Panzer... Ich mach Y. Ja, tu das. Lass uns mal rechts das Geschützt loswerden. Warsch. Und mach du mal oben die Kleinen. Okay, nice. Oder kommt da noch irgendwas raus? Das ist Geschützt unten kaputt. Ah. Was? So, jetzt hab ich Y-Busin in deinem Gesetz, tut mir leid. Ja, alles gut. Niu. Oh, oben bei dir sind Jäger. Ja? Ich mach die Jäger oben rechts. Okay. Was mach ich denn? War ich noch weiter nach rechts? Weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall neue Einheiten. Dann schau mal einer, guck. Haben wir das? Oh. Ah, hier bin ich jetzt. Ich hab's der Hauptcharakter. Ich hab ein paar Verbesserungen. Du hast Forge? Nee, die andere. Ach so. Oh, ich hab's Forge. Geben Sie mir Deckung, wir ziehen uns zurück. Bin unterwegs. So. Entkommen Sie mit Forge und Anders. Du bist Anders. Anders. Mr. Andersen, der Exilant ist das primäre Ziel. Da müssen wir hin. Das kriegen wir hin. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Was ist denn hier? Wir blockieren uns jetzt gerade ein bisschen. Ich bin hier noch gut, was hier unten ist. Das ist es. Da waren Sie sich gerade nicht einig, oder? Nee, Sie konnten gerade nicht aneinander auf den Falle. Also auf dem Rückweg haben wir ein bisschen zu kämpfen. Mist. Aber der Grizzly hat schon was drauf. Ich hätt ihn gern bei Infinite einfach. Hm. Gibt's denn den Skorpion? Ich weiß gar nicht. Das sind generell richtig coole Sachen, als wir gegeneinander gespielt haben. Ja. Guck mal, hier, manche Einheiten haben so ein paar Sternchen über sich. Vielleicht, wenn die irgendwie kampfverprobt waren, werden die nochmal krasser, stärker oder so. Wie bei Pikmin. Was? Guck mal, kann man hier die Jäger farmen, oder was? Alter, das sind für drei Sterne. Oh, der steht, der ist im teuten Winkel. Teuten Winkel. Ja, ich geh mal ein bisschen raus. Das ist doch scheiße. Nein, nicht die Grunts. Der steht wie so ein Arschloch. Du musst ganz weit weg. Da kommt doch nicht, das. Ja. Was passiert jetzt? Oh, die machen die Brücke weg. Alle, die sprengen das. Die sprengen auch noch sich. Oh mein Gott. Fuck. Okay. Also wieder nach, nach außen. Aber jetzt, jetzt sind wir ein bisschen... Ah, jetzt, jetzt brauchen wir die Konsole auf der Seite. Jetzt muss das denn... Schick uns einfach hin und her die Säcke. Schon ein bisschen. Und noch mehr Jäger. Kommt der Schmier aus. Ach, lass mich in Ruhe, Jäger. Scheiß auf euch. Scheiß auf euch. Mach das schon. Ich fahre einfach weiter. Du machst das. Guck mal, hier ist ein so ein Grunt da und so folgt. Seit wann... Ach, sind das deine People? Was? Du hast hier Marines in dieses Geschütztürmchen verbannt. Ach so. Ups. Oh, die bleiben da jetzt, die Wohnen da. Okay. Musst du Enders hinschicken? Schick mal Enders ans Terminal. Die macht das schon. Die kann das. Bin ein guter Dinger. Kann sie das? Ja, macht sie. Ja. Krieg ich euch... Ach so, die machen die Schießen da. Der Hackvorgang. Okay. Leere mich zum anderen. Ja, kommen sie. Ja, sind eigentlich alle ganz gut positioniert. Okay, du brauchst die hier unten. Sehr okay. Weiß nicht, wie wird dein Geschützturm da klarkommt? Ich glaube, den haben sie gekillt. Nee, die hab ich zurückgewogen. Die sind jetzt wieder hier. Ach so, okay. Komm, da an grad. Hast du grad was gekillt. Mit der Explosion. Oh, das war ein Kamikaze-Grunt. Das kann natürlich auch sein. Sind ja alle gut. Positioniert. Jäger da. Nee, sind gar keine Jäger. Die Eliten wissen gar nicht, wo sie lang ist. Mein Panzer macht das gut. In 10 Sekunden geht's weiter. In 10 Sekunden geht's weiter. Ja. Die sind da oben wieder. Zu viel Schaden, mein Panzer. Ah, dein hat noch ein bisschen mehr. Nein, nein. Okay, über die Brücke. Uff. Da war was los. die relevanten einheiten natürlich alle ganz weit hinten aber ist gut die decken dann die luftrichtung ab wir blockieren uns aus dieser brücke so der maßen die titel und panzer ist kaum nicht mehr so lustig wie sie versuchen sie probieren so wenigstens naja guck mal wir nähern uns dem ziel vor allem das ist super authentisch wie der panzer fährt dass wir so ein infinite spieler warum gehen die marines denn hier nicht weg ich habe die doch gefehlt machen hier wie ein auf letzte bastion der menschheit oder das der problem ich glaube für den goldrang müsste man hier jetzt einfach alle killen weil ich glaube wenn wir unten rausgehen war es das die frage da kommt noch mehr jäger zum killen ja das ist gut mehr mehr hier kommen so viele raus ist aber schön das ist auch noch mal sehr gut fünf brauchen wir noch 2 1 1 noch ja ok haben wir warthog oder irgendeine schnelle einheit ich habe den schädel entdeckt da ganz oben wo wir gestanden ja ganz nördlich nur bei dem reaktor da will ich ja gar nicht hin das ist halt voll der weite weg ich habe versucht einen einzelnen zu schicken kannst du vergessen kommen wir gehen zu landezonen ok aber jetzt haben wir gezeigt wo er dann wäre das ist ja das mindeste was du machen kannst du kannst du eine einheit dahinten lassen ich hätte meinen turm lassen können und dann hätte ich den schädel holen können ja gut das stimmt aber daran habe ich jetzt nicht gedacht wusste ja nicht wo du schädel spawnt nur kann sagen doch schon draußen was auch befehle los geht noch weiter landezonen erreicht jetzt noch verteidigen ja nein nein ich schaffte geil geil ich finde es aber souverän gemeistert selber selber gute arbeit professor sobald sie an bord sind will ich wissen was sie herausgefunden haben ja schau mal einer guckt da war aber das lieb doch geil so dann geht es wieder zur lobby eigentlich ja Untertitelung des ZDF, 2020